Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes anziehen. Die Leute brauchen einen Heldenschiff. Gebt ihnen Hoffnung. Also lächeln. Okay? Solange wir noch was zum Lachen haben. Das ist ja ein richtiger Auflauf. Wenn Sie mich auf Knien sehen wollen, muss ich Sie enttäuschen. Sind Sie sicher? Meine Herren, wie schön, dass Sie zurück sind. Sprechen Sie, Cortana. Es rührt sich was, Sir. Nahe Io. Untersuchungen laufen schon. Tut mir leid, aber wir müssen hier Druck machen. Sieht gut aus. Vielen Dank. Sergeant Major, das Kreuz der Kolonien wird für großen Wagemut und Hingabe verliehen. An einen Soldaten des United Earth Space Corps. Das nenne ich absolute Ketzerei. Er soll für alle, die unsere Allianz sprechen wollen, ein Backspiel sein. Commander Miranda Keyes. Ihr Vater handelte stets im Einklang mit den höchsten Traditionen des Militärdienstes. Seine beispiellose und große Tapferkeit hat ihm und der UNSC höchste Ehre gemacht. Die Navy hat einen der Besten verloren. Die druffung ist die Kanzerei. Derís ist nicht der Kanzerei. Die Drei ist in der Hand. Die neue Allianz ist in der Hand. Wink muitas Bitfunkse. Der Team ist zu verliehen. Das ist einig. Der Team ist in der Hand. Verband. Zeigen Sie. 15 Allianz Schlachtschiffe halten die Position außerhalb der Todeszone. Hier spricht Flottenadmiral Harper. Wir gehen zum Angriff über. Negativ, Admiral. Bilden Sie eine Verteidigungsstellung um den Verband. Commander, gehen Sie an Bord und stoßen Sie zur Flotte. Ja, Sir. Sie gehen ans Map-Geschütz, Cortana. Sobald Sie in Reichweite kommen, Feuer frei. Mit Vergnügen. Irgendwas stimmt nicht. Die Flotte, die Reach zerstörte, war 50 Mal so groß. Sir, noch mehr von denen. Enter-Schiffe, eine Riesenmenge. Sie wollen unsere Map-Geschütze ausschalten, damit Ihre Schlachtschiffe die Erde angreifen können. Master Chief, Station verteidigen. Ja, Sir. Ich brauche eine Waffe. Gleich hier. Ich bin gerade richtig heiß drauf. Gebt mir eine Waffe. Ah, was haben wir hier Schönes? An alle. Bersetzt die Kampfstationen. Ähm. Hopp. Wie läuft's bei euch, Master? Bereithalten. Die sind eingeklingt. Gut Ziel und noch gegen Feuerhagen. Die sind in Standard-Formation. Die kleinen Bastarde vorn, die großen hinten. Viel Glück, Cairo. Oh. Oh. Ah, wo kommen sie? Feuer auf dieses Schock. Oh. Ah, kommt schon. Boah, wie die Waffe voll nach oben zieht. Das dürften doch alle gewesen sein. Hä? Die haben doch keine Chance gegen mich. Ich muss hier voll gegensteuern, wenn die Waffe nicht einfach hoch in die Decke rein zielt. Oh Gott. Hat hier irgendjemand Munition für mich? Gab's hier hinten? Ah, da hinten gibt's glaube ich nochmal Munition. So. Dann machen wir alles nachladen. So, läuft's doch schon viel besser. So, wo müssen wir denn jetzt hier lang? Hier sieht's doch gut aus. War schon interessant, wie schnell die einfach diese Raumschutzung kabeln können. Dann wollen wir doch mal hier ganz schnell weitergehen. Der hat mich nicht gesehen. Was hat er jetzt davon? Es kommt mir halt jetzt wehschen, wie schnell ich da vor wie Halo 1. Ich hab's auf der gleichen Schwierigkeit stehen. Oh. Oh. Was? die richten halten ja gar nichts mehr aus jetzt schon wieder meine munition alle Ok, schon grad mal die Zone aufgenommen. Oh, hier sind jede Menge Granaten. Ah, ich weiß auch, wie viel man die nochmal gebraucht hat. Ah, haben wir jetzt mal alle. Wow. Was ist das, Jungs? Ne. Ah, da steht noch einer. Versteckt sich. Versteckt sich da. Ach, komm, schöner Headshot. Sehr schön. Der ist weg, der ist weg. Hinten rennt noch einer. Wo war's das jetzt? Sieht ganz so aus. Wollen wir unsere zweite Waffe wieder aufnehmen? Kann das sein, hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist ihr Status? Kommen. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Ähm. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Ich weiß ja nicht, wie viel ist. Wo? Ja, kommt schon. Oh. Nix da. Habe ich doch alle. Ich sag mal so, man sieht jetzt schon auch, finde ich, grafisch irgendwie einen Unterschied nochmal zwischen Halo 1 und Halo 2. Aber bestimmt auch einfacher, ähm, das zu bearbeiten. Oh Gott. Wir haben schon schön ans Fenster klaus geschossen. Ach. Einfach überlistet. Ah, da ist meine zweite. Wollen wir hier ja nicht vergessen. Oh, ich hab keine Granaten mehr. Leute, gebt mir Granaten. Ach so, viele können ja jetzt nicht mehr leben. Oh, die verlassen die Athen. Wow. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Alles klar. Oh, ich hab ja so gut wie gar keine Munition mehr. Wow. Oh, ich hab ja so gut wie gar keine Munition mehr. Oh, okay. Immerhin etwas. Ich glaub, hier konnten wir Munition nachfüllen. Genau. Wow. Das mal nachladen. Was? Wow. Unsichtbar. Und dann schießt er mir noch dreimal ins Gesicht. Jetzt muss ich das nächste Mal drauf aufpassen. Wow. Da haben wir jetzt mal alle. Oh oh. Die verlassen die Athen. Ja, das hatten wir gerade schon. Cortana, Lagebericht. Rott noch auf. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Ich habe keinen Sichtkontakt. Alle Lichtkampanheiten in die Druckzone. Ah, hier habe ich gerade ein bisschen Munition aufgenommen. Ah, da war er. Oh. Tja, da hat es den Elite zerlegt. Die Kombo hat gerade reingeschlagen. Ich weiß nicht, mal so weiterzukommen. Wer hat da gerade auf mich geschossen? Da hinten. Ah, wo ist er? Ah, waren es glaube ich alle? Liebe Zweite. Ne, macht deutlich mehr Spaß als Halo 1. Ich sterbe ich wenigstens nicht so oft. Und hier geht es jetzt weiter. Äh. Ne. Ich kann es nicht weitergehen. Ah doch, hier hinten. Alles klar mit euch? Gott, wie läuft er denn? So, musste man da hinten lang? Ne, hier geht es doch lang. Immer da lang, wo die Gegner sind. Terminal 2. Wow. Ah, wir kommen ins Weltall. Haben wir jetzt mal kein Problem für uns. Oh, neue Plasmawaffe. So, wo mussten wir denn hin? Ich habe gerade keine Ahnung, wo es jetzt weiterging. Ich glaube hier hinten. Oh, ich glaube hier hinten. Oh, das ist halt leider so, wenn man ewig nicht... Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben eine Bombe. Das Spiel spielt, vergisst man irgendwann. Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Wo man lang muss... Chief, finden Sie die Bombe. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeskarte. Oh, die Viecher habe ich gehasst. Gab es irgendwo Munition, Jungs? Ähm. Ah, hier. Alle nicht Kampfeinheiten zu den Evakuierungsstationen. Auch schneller. Oh, und doch, kann ich mal denen ein bisschen Terror machen? Oh, komm! Sehr schön. Ich muss sagen, die Plasma-Wattel geht übel ab. Macht schon richtig schön die, ähm, Schilde von den Gegnern runter. Alle Mann zu den Evakuierungsstationen. So. Wollen wir mal wieder runterfahren. Oh, und schneller nach dem Aufzug haben sie aber auch nicht mehr gefunden. Oh, und schneller nach dem Aufzug haben sie aber auch nicht mehr gefunden. ja dann ich kann ja auch nichts dran ändern muss mir hier nicht unnötig drücken machen ich finde so lustig wie der ton anders wird ja hier hätte ich jetzt mit der deckung spielen müssen wie er mir noch ins gesicht noch mal tausend mal schießt ich musste einfach irgendwie in den nahe kampf bekommen einzeln einer weniger der erste träger ignoriert uns völlig er hat das trümmerfeld der malte in richtung erde durchbrochen so willst du noch den da oben ja ich hab was was willst du mir sagen ich brauche jetzt wieder munition ich mache sie zwar alle echt schnell fertig aber ich fühle alle auch richtig viel sie werden sich etwas ausdenken müssen na komm, geh auf jetzt hätte ich noch lange auf die wand standen können wollen wir alles nachbauen so noch einer weniger war da noch eben nur einer dahinten wow so da müsste eigentlich noch einer da sein was du kleine pisse ich muss in ihren kopf jetzt wie viel zeit hatten wir noch fragen sie mich lieber nicht transporter schild ausgefallen bin in position bereit für sofortigen angriff negativ commander nicht bei einem schiff dieser größe und nicht allein erlaubnis die position zu verlassen zu welchem zweck master chief um der allianz die bombe zurück zu geben erlaubnis erteilt ich weiß was sie denken das ist verrückt gut bleiben sie hier leider muss ich ihnen sagen ich mag verrückte nur noch eine frage was wenn sie scheitern wehrt dich nicht das ist das ist das ist WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR